Ja, hallo zusammen, grüßt euch herzlich willkommen hier mal wieder bei Avanti und Tour. Ich bin der Dirk, heute mit einem kurzen Technik-Video über die Segway Ninebot Cube 2000. Die möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Hat lange gedauert, wir hatten die ersten Kontakte zur Segway bereits im Frühjahr 2023, jetzt haben wir kurz vor Weihnachten. Aber da ist sie endlich. Ja, ihr wisst, Thema Powerstations, da bin ich schon lange drin. Und habe aber in der letzten Zeit eine ganze Menge an Anfragen abgelehnt. Die Namen wurden teilweise immer skurriler, die Powerstations auf den Markt bringen. Das scheint ein riesiger Markt zu sein. Aber wenn natürlich eine Firma wie Segway Ninebot mit ihrem Erstlingswerk auf den Markt drückt, da werde ich natürlich hellhörig. Und wenn man da mal ein bisschen recherchiert, Segway schreibt auf der Homepage mittlerweile eine Erfahrung von über 20 Millionen gebauten Batterien. Natürlich klar überwiegend für E-Scooter, Ninebots und so weiter, was es alles da draußen im Portfolio gibt. Aber das ist keine unbekannte Firma und wir wollen mal in diesem Video gucken, wie das Erstlingswerk geworden ist. Das Ganze ist ein monulares System. Das kennen wir von anderen Anbietern auch. Aber ich finde, Segway hat es nochmal überdacht, weil wenn ihr das hier seht, das ist im Grunde nach eine Tausender, aber erweitert um ein Akkumodul. Das untere Teil hier und das obere Teil mit dem Wechselrichter und der ganzen Elektronik mit den Bedienpaneelen, das ist eigentlich die Tausender. Und das Ding hier in der Mitte, was ihr hier seht, das ist der 1 Kilowattstunden Zusatzakku. Vorteil bei der Variante ist, man hat keine Verkabelung. Nachteil, es ist etwas aufwendiger bei der Erstmontage. Dazu sind hier an der Seite, zeige ich euch nachher mal, vier Imbusschrauben zu lösen. Dann wird das Teil eingesetzt und dann werden die Imbusschrauben wieder fixiert. Aber wenn man den Prozess mal erledigt hat, dann steht die Cube so, wie sie jetzt ist. Und das Schöne ist, ich kann sie mit insgesamt vier Zusatzmodulen, also auf insgesamt 5 Kilowattstunden Kapazität erweitern. Ja, wir gucken uns gleich mal das Gerät genauer an. Erstmal muss ich hier unten auf meinen Spickzettel gucken, damit ich euch auch alle wichtigen Daten gebe. Also das Gerät als solches hat 2 Kilowattstunden, wie gesagt, lässt sich bis auf 5 erweitern. Aber Segway geht hier nochmal einen Schritt weiter und garantiert 4000 Zyklen und mehr. Und gibt dem Ganzen 5 Jahre Garantie mit auf den Weg. Und ich denke, das ist schon mal ein Wort. Insgesamt haben wir bei dem Gerät eine Zertifizierung nach IPX3. Habe ich auch googeln müssen. Bedeutet Sprühwasser aus einem Winkel größer, 60 Grad. Also nicht unbedingt mit dem Gartenschlauch direkt drauf halten. Aber ein bisschen Wasser schadet ja nicht. Der Akku als solches, das Akkumodul hier, geht sogar noch einen Schritt weiter auf IP56. Wir haben eine Schnellladefunktion, auch das versuche ich nachher mal zu demonstrieren. Mit maximal 2050 Watt bedeutet, ich habe das Ding in der Regel in einer Stunde, in einer guten Stunde dann auch voll. Ja, im Lieferumfang enthalten ist zunächst mal ein Imbusschlüssel, um diese Schrauben hier zu lösen. Dann haben wir noch die CE-Konformitätserklärung. Wir haben eine Garantieerklärung. Und die Bedienungsanleitung. Ich würde jetzt schon sagen, das User Manual. Also die Bedienungsanleitung, die ist auch in jede Menge Sprachen übersetzt. Dann haben wir dankenswerterweise kein externes Netzteil, sondern einen normalen handelsüblichen Kaltgerätestecker. Und hier noch ein 12-Volt-Ladekabel hier auf diesen Enderson-Anschluss. Ähnlich wie bei einem Mitbewerber haben wir hier auch eine Boost-Funktion. Ich nenne sie einfach mal so, sie nennt sich bei Segway AirDrive oder R-Drive. Und damit soll dann auch ein Anlaufstrom bis zu 4400 Watt geschluckt werden. Wir werden sie nachher mal mit meiner Handkreissäge testen. Das ist eigentlich das Übelste, was man bei einer Powerstation antun kann, weil die einen recht hohen Anlaufstrom hat. Da sind einige Powerstations schon dran gescheitert. Mittlerweile Standard bei den Powerstations ist diese USV-Funktion, also dass man beispielsweise Beatmungsgeräte und so weiter betreiben kann, auch wenn der Strom kurzfristig mal weggeht. Ja, kommen wir zur Ladeleistung. Auch da ein paar Daten hier von der Internetseite. Wir haben klar natürlich einen MPPT-Regler drin für Solar. Solar geht hier maximal bis 800 Watt. und normales Laden über Landstrom bis 1250 Watt. Das insgesamt liegen wir dann halt bei 2050 Watt. Das ist aber ein Idealwert. Also ich würde mal eher mit den 1250 Watt kalkulieren, die wir bei AC haben. Und da haben wir das Ding in knapp unter zwei Stunden auch voll. Ja, was man damit alles betreiben kann. Ich blende das hier mal ein. Leute, das wisst ihr, ich will auch nicht jedes Mal immer wieder ein Induktionskochfeld oder ein Föhn hier dran halten. Klar, also wo 2000 Watt draufsteht, ist auch 2000 Watt drin. Wir testen nachher mal, wie das mit einem Anlaufstrom funktioniert, der drüber liegt. Jetzt gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Ja, schauen wir uns mal die Anschlüsse auf der Vorderseite an. Hier oben haben wir den Ein- und Ausschalter. Jetzt ist er ausgedrückt halten, schaltet sich das Ganze ein. Dann haben wir hier zwei Bereiche für Gleichstrom. Einmal hier oben zwei von diesen Klinkeanschlüssen. Jeweils mit, wir sollen mal gucken, 5 Ampere. Und hier haben wir nochmal ein Fach oder eine Abdeckung für USB, beziehungsweise 12 Volt. Das Ganze ist ausgelegt auf insgesamt sechs USB-Anschlüsse. Zwei, vier mit 18 Watt. Also hier ist überhaupt kein normaler USB-Anschluss mehr dran. Und hier oben haben wir dann nochmal Fast Charge, jeweils USB-C mit 100 Watt. Also das finde ich eine super Sache, dass man hier auf diese normalen, langsamen USB-Anschlüsse generell verzichtet. Daneben haben wir dann dreimal 230 Volt mit maximal 2200 Watt. DC und AC lassen sich dann getrennt ein- und ausschalten. Und das war es dem Grunde nach auch. Ja, schauen wir uns die Rückseite an. Dann, da haben wir den ganz normalen Kaltgerätesteckereingang. Wir haben hier nochmal einen Überlastungsschalter, falls der Überlastungsschutz mal ausgelöst hat. Und hier haben wir dann den Solar- bzw. Car-Input, heißt es hier, also wenn ich es über 12 Volt im Auto laden will. Der ist jetzt allerdings ausgeführt als Anderson Mini oder Mini-Anderson. Da hätte ich mir persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, einen XT60-Eingang gewünscht. Ist meines Erachtens nach bei uns in Deutschland gängiger als diese Anschlüsse. Ja, die Seiten links und rechts sehen eigentlich gleich aus. Ihr seht, wir haben hier vier Imbusschrauben. Die kann ich lösen und kann dann diesen Mittelteil rausnehmen, kann die beiden wieder zusammensetzen, habe dann eine Cube 1000 oder je nachdem, mit wie vielen Modulen ich arbeiten will, dann bis maximal 5000. Ja, mein Blick aufs Display. Ihr seht es im Moment, mit 70 Prozent ist das Ganze geladen. Das ergibt im Moment eine rhetorische oder prognostizierte Restlaufzeit von 99 Stunden. Ihr seht, es sind zwei Akkus hinterlegt. Der Ton ist eingeschaltet und im Moment geht hier weder was rein noch raus. Verschenkter Platz auf der Oberseite. Auch das sage ich immer wieder. Da eine induktive Ladeschale nach oben reingesetzt. Hätte wahrscheinlich nicht viel mehr gekostet, aber macht doch einiges einfacher. Je nachdem, mit der 15 Watt Ladeschale wäre das eine runde Sache gewesen. Nicht ganz zu Ende gedacht finde ich hier auch die offenen 230 Volt Stecker. Beziehungsweise Buchsen, muss ich ja genau korrekt heißen. Im DC Bereich setzt man auf Käppchen und im AC Bereich lässt man es offen. Ja, auch da vielleicht mal für ein Upgrade oder für eine Version 2.0 da noch Kappen drauf machen. Ja, mittlerweile Standard ist auch die Möglichkeit, so ein Gerät über eine App zu steuern. Wir gucken mal rein. So, ich habe jetzt kurz Piepen gehört. Also kurzes Signal, dass sich beide verbunden haben. Auf Fernweh-Appdates habe ich eben sieben Stück gemacht. Also da war einiges aufgelaufen. Und ihr seht jetzt hier praktisch die Übersichtsseite. Ich kann jetzt natürlich auch die Dinge von hier schalten. Und kann dann hier unten über den USB-Port dann auch sehen, mit wie viel der entsprechend zieht. Und dann gehen wir mal hier unten auf weitere Funktionen. So, hier haben wir dann die Eingangsleistung im Bereich der normalen Ladung über Landstrom. Die kann ich auch limitieren. Je nachdem, wie das Ganze gewünscht wird. So, dann haben wir hier die Standby-Zeit. Auch das finde ich gut, dass man das hier auch eine immer eingeschaltet Funktion anbietet. Und nicht rigoros sagt, ab einer gewissen Zeit wird ausgeschaltet. Also, auch da haben wir eine Möglichkeit, ab 15 Minuten aufwärts das einzuschalten. Ähnlich sieht es dann auch im Gleichstrombereich aus. Auch das wird angeboten. Beziehungsweise für das gesamte Gerät. Dann haben wir hier Bildschirmzeit. Auch die lässt sich dann einschalten. Und hier haben wir, das finde ich auch super, einen Lüfter-Modus. Also, wir haben zum einen die aktive Kühlung. Und wir haben einen Lüfter-Modus lautlos. Da heißt es also, hier verringert die Drehzahl des Lüfters erheblich. Was aber zu einer höheren oder zu einer hohen Gerätetemperatur führen kann. Es wird daher empfohlen, den Modus lautlos nur dann zu wählen, wenn die AC-Ausgangsleistung zu niedrig ist. Also, klar, ich würde natürlich jetzt nicht draußen mit der Kappsäge arbeiten und dann den Lüfter auf lautlos stellen. Dann haben wir den R-Drive. Den kann ich nur ein- oder ausschalten. Wie gesagt, bis 4400 Watt. Lasse ich aber mal eingeschaltet. Die USB-USV, 20 Millisekunden. Und der Tastenton lässt sich dann auch unterdrücken. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Geräteinformationen. Seriennummer, Gerätetemperatur. Und halt dann hier insgesamt sieben Menüpunkte für Firmware. Das hat er eben auch bei allen sieben gemacht. Also Master Control, Bluetooth und so weiter. Sind alle aber jetzt auf dem neuesten Stand. So, ich will jetzt mal das Lüftergeräusch simulieren. Mit einer Ladung über Landstrom. Dazu stecke ich sie ganz einfach hier bei uns in den 1800 Watt Wechselrichter. Der sollte diese 1250 Watt problemlos bringen. Ja, und in der Tat, das einzige Lüftergeräusch, was ich jetzt höre, kommt quasi aus dem Keller. Weil unser Wechselrichter, der liegt hier genau unterm Tisch. Und es gehen jetzt 1166 Watt hier rein. Und das ist auch im Moment das einzige Lüftergeräusch, was man hört. Er sagt jetzt, in 36 Minuten ist er voll. Das halte ich auch für realistisch. Aber macht für mich jetzt keinen Sinn, die Ladeleistung zu begrenzen. Weil er ist ja schon lautlos. Also da muss ich jetzt nicht noch lautloser machen. Und wenn man hier ganz dicht die Ohren dran legt, dann hört man drinnen einen ganz leisen Lüfter. Aber das habe ich schon deutlich lauter erlebt. Ja, jetzt kommt er mal ein bisschen in den Gang. Kann man das hören? Ja. Jetzt geht er oben auf 1170. Ja, jetzt liegt er dem Grunde nach vom Lüftergeräusch her wirklich im Feld der Mitbewerber. Es gibt es leiser, gibt es aber auch lauter. Da liegt die Sequoie jetzt eigentlich mit drin. Jetzt knallt er ganz gut rein. Jetzt sind wir schon bei 92 Prozent. Mit dem kurzen Druck hier auf den Taster kann ich auch das Display ausmachen. Sollte mich das stören. Auch das finde ich gut. Gibt es bei anderen Power Stationen tatsächlich auch welche, die das Display immer anhaben. Also das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich habe es wirklich noch nicht getestet. Das ist jetzt learning by doing. Entweder es klappt oder es klappt zusammen. Dann seht ihr das? Eingeschaltet ist sie. Das ist eine relativ alte Bosch. PKS 55A. Nominell hat die 1200 Watt im Dauerbetrieb, aber hat halt einen recht hohen Anlaufstrom. Und da sind wir hier schon Power Stations in den Notfallmodus gegangen, die dann nur noch kläglich piepten. Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Also das macht so gut. Wir testen das gleich nochmal. Also das ist okay. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich hier eine Power Station habe, wo ich zumindest mal das Ding oder auch eine Kappsäge treiben kann. Weil ihr wisst beispielsweise das Heckregal mit den Aluprofilen habe ich alles hier auf dem Stellplatz gemacht. Und hier habe ich halt sonst keinen Strom. Und da brauche ich eine Power Station, die auch mal über den Grenzbereich hinausgeht und diese Anlaufströme dann auch schluckt. Also top. Kommen wir an der Stelle noch kurz zu den Preisen. Das Ganze wird verfügbar sein ab Ende Januar. Da läuft im Moment auf der Internetseite die Pre-Order, kann jetzt vorbestellt werden, wird dann zwischen Mitte und Ende Januar ausgeliefert. Die normale 1000er liegt aktuell bei 1099 Euro. Da wird dann aber noch ein 100 Watt Solarpanel mitgeliefert. Die Zusatzbatterie liegt aktuell im Vorverkauf bei 8,99 Euro. Jeweils halt mit einer Kilowattstunde extra. Ja und das hier gezeigte Gerät ist halt die 2000er. Die liegt aktuell bei 17,99 Euro. Wer vorbestellt bekommt, aber dann noch eine 200 WP Solarplatte dazu. Ja kommen wir mal zu dem kleinen Fazit. Zur Segway Cube 1000 oder 2000, je nachdem wie man es sich zusammenbaut. Ist noch was Neues. Sie haben klar das Ganze nicht neu erfunden. Ich sehe hier auch, wie im Video erwähnt, an einigen Punkten noch Verbesserungsbedarf. Abdeckung hier vorne, induktive Ladeschale oben, das ist okay. Von den Leistungsdaten her muss ich das Ding nicht verstecken. Da spielt es in der 2000 Wattstundenklasse prima mit. Gar kein Thema. Ich finde es auch sehr schön. Kompakt gebaut. Auch mal ein anderes Design. Alle Abgänge vorne, der Eingang auf der anderen Seite, gefällt mir persönlich auch gut. Wenn man es mal irgendwo hier im Wohnmobil unten irgendwo hinstellen will, man kann es hinten rum verkabeln und hat die Anschlüsse alle auf der Vorderseite. Das ist bei manchen Mitbewerbern nicht. Da werden dann die Anschlüsse auf zwei Seiten verteilt. Vom Preis her muss es sich nicht verstecken. Auch verglichen mit dem Marktumfeld. Aktuell 17,99 Euro. Das ist okay. Das ist teilweise vom Verkaufspreis her 300 Euro günstiger als mancher Mitbewerber in dieser Preislage oder in dieser Leistungsklasse. Und wie immer findet ihr aktuelle Angebote auch unten in der Infobox dieses Videos. In dem Sinne, danke an Segway Ninebot, danke an euch fürs Zusehen und schreibt mir mal unter die Kommentare, was ihr von dem Gerät denkt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.